Die Weber Entnehmen Sie Ihren Bollerwagen MB 550 aus dem Karton. Im Paket befinden sich folgende Teile. Das Grundgestell D, die seitlichen Gitter B, das vordere und hintere Gitter, vier Räder C, die Vorderachse G, die Hinterachse H, die Halterung der Handgriffstange F, die Handgriffstange E, der Korb R, die Stofftasche P, das Montagematerial. Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzliches Werkzeug für die Montage des Bollerwagens benötigen. Montieren Sie die Halterung der Handgriffstange an der Vorderachse mithilfe der Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Nehmen Sie das Grundgestell D und drehen es auf den Kopf, sodass die hervorstehenden Bolzen nach oben zeigen. Setzen Sie Vorder- und Hinterachse auf die Bolzen und befestigen Sie diese mit der Unterlegscheibe und der Nylonmutter. Montieren Sie die vier Räder mithilfe der Unterlegscheiben L und dem Splint P. Biegen Sie die Splinte. Setzen Sie die Handgriffstange E und das Scharnier ineinander und richten diese entsprechend der Löcher an der Halterung für die Handgriffeinheit F aus. Befestigen Sie die Bauteile mithilfe der Schraube, der Unterlegscheibe und der Sicherungsmutter. Stellen Sie den Wagen auf die Räder. Nehmen Sie die vorderen und hinteren Gitter A und die Seitengitter B und befestigen diese mithilfe der Pins R-förmig. Achten Sie darauf, dass die Halterungen an der Außenseite des Wagens angebracht sind, damit die Seiten und Enden bündig sitzen. Befestigen Sie die J-förmigen Schrauben an der jeweiligen Oberseite des Gitters, um die Seitenteile für den Transport zu sichern. Werden die Schrauben nach oben gedreht, können die jeweiligen Seitenteile geöffnet werden. Bringen Sie nun die Stoffauflage an. Nun kann der Transportkorb eingesetzt werden und der Bollerwagen ist einsatzbereit. Dank des zusätzlichen Transportfachs können leichtere Gegenstände transportiert werden. Durch die farblich abgestimmte Stoffauflage werden Teile und Gegenstände sicher und kratzfrei transportiert. Dank der leichten Bedienung ist der Bollerwagen MB 550 vielfältig einsetzbar. Der MB 550 verfügt über eine Luftbereifung, die den Fahrkomfort und die Wendigkeit zusätzlich unterstützt. Dank der präzise verbauten Deichsel können auch mit diesem Bollerwagen präzise Manöver ausgeführt werden. Alternativ lässt sich der Handgriff in eine robuste Anhängerdeichsel für Fahrräder und ähnliches verwandeln. Ob mit Plane, ohne Plane oder komplett ohne Gitter. Die Möglichkeiten des MB 550 sind unendlich. Der perfekte Begleiter für ausführliche Outdoor-Spaziergänge. Lassen Sie sich überraschen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. So wie Sie sehen, dasselbelweb shipping sehr es verschiedene Umwand� zu ange bytes trauen. Fördeste Yeniger Diaros-Spaziergänge Was ne tea, eher 19 Monit 1500 in mir tribute gibt,